Wir sind hier in der Bibliothek im Lesesaal des Hauses des Deutschen Ostens und zur Vorbereitung einer Ausstellung, die wir jetzt in den Zeiten von Corona-Beschränkungen nicht so machen können, wie wir es geplant haben. Aber es freut mich sehr, dass Frau Dr. Serafine Lindemann hier bei mir ist, ohne die es diese Ausstellung nicht gegeben hätte, aber ich möchte mich mit ihr unterhalten über die Entstehungsgeschichte. Frau Dr. Lindemann, Sie organisieren ja zusammen mit einer tschechischen Kuratorin seit fünf Jahren ein deutsch-tschechisches Kulturfestival im Norden Tschechiens und haben da ja ganz tolle Erfahrungen gesammelt, wie deutsche und tschechische Künstler gemeinsam auf Spurensuche gehen, auf der Spurensuche deutscher ehemaliger Geschichte vor Ort, auf der Spurensuche nach eigenen Familiengeschichten und vielen anderen und auf diese Weise Brücken bauen zwischen diesen zwei Ländern und zwischen den Menschen in diesen Ländern und das über eine vielfältige Kulturform. Im Zentrum heißt dieses Festival und aus diesem Festival heraus ist nun eine Ausstellung entstanden, aber die hat eine ganz besondere Geschichte. Vielleicht erzählen Sie uns einfach mal, worum geht es in dieser Ausstellung und wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen? Sehr gerne. Danke erstmal, lieber Herr Weber, dass Sie mich eingeladen haben, diese Ausstellung hier im Haus des Deutschen Ostens und erstmalig auch in München und Deutschland überhaupt zeigen zu dürfen. Ja, Sie erwähnten das Festival im Zentrum, welches ich 2016 zum ersten Mal mit meiner Partnerin Senka Moravkova gestartet habe. Und da fange ich schon an, auch bei dem Titel dieser Ausstellung, der Impuls überhaupt in die dann doch für uns abgelegene Gegend der Altvaterregion mit einem zeitgenössischen Kunstfestival zu starten, liegt bei meiner Mutter. Meine Mutter Hertha, so wie auch diese Ausstellung heißt, ist gebürtige, wie sagt man, sie kommt gebürtig aus dieser Gegend und ist mit mir 2014 noch einmal mit Künstlern und Verwandten hingefahren und dort bekam ich den Impuls, eine Ausstellung zu machen. Und sie begleitete mich von Beginn an, war sie immer wieder dabei, als wir hinreisten, die Ausstellung vorbereiteten und dann eben auch das Festival durchführten, war Hertha sozusagen dabei. Und Hertha hat letzte Woche ihren 100. Geburtstag gefeiert, also 1920 wurde sie in diesem auch hier beschriebenen Dorf Großkunstendorf geboren. Und sie war eigentlich für uns alle überraschend sofort eine beliebte Person, gerade bei den jüngeren Kollegen aus der Kunst und Kultur, aber auch noch aus Verbliebenen in dem Dorf. Also sie war beliebt, weil sie offen ist, weil sie eine noch sehr gesprächige, geistesgegenwärtige Zeitzeugin ist. Und gerade der jüngeren Generation, die entweder in die Altvaterregion gezogen sind oder dort seit Generationen leben, für die war sie und ist sie eine wunderbare Erzählerin und Türöffnerin zur Vergangenheit. Philipp Reif nun, dem wir diese wunderschönen Bilder zu verdanken haben, ist so ein Künstler in dieser Altvaterregion, der selbst noch einen deutschen Großvater hat, HT. Und meine Mutter erinnert ihn sehr an diesen Großvater. Und er schloss sie also gleich ins Herz und sagte, Hertha, Sie müssen mir unbedingt mehr Geschichten erzählen aus dieser alten Zeit. Sie sind die Einzige, die das noch kann. Und aus diesen Geschichten, die hier jetzt in Kurzform in der Ausstellung, zu lesen sind, ist ein kleines Büchlein geworden. Ich möchte betonen, dass dieses Büchlein kein Auftrag von mir als Kuratorin war, sondern dass Philipp Reif das wirklich aus Interesse und Respekt und auch Herzensverbundenheit gestartet hat. Also eines Tages rief er mich an und meinte, Seraphine, ich möchte ein Büchlein machen aus diesem. Und dann habe ich gesagt, Herr Philipp, was machen wir? Das ist mir vollkommen egal. Ich will gar nichts dafür. Ich mache es. Es öffnet so viel für die Region, für unseren Lebensraum hier, wie ich es mir gar nicht wünschen konnte. Wir sehen jetzt plötzlich viele Dörfer ganz anders. Durch diese Geschichten werden sie neu belebt. Und wir spüren wieder eine Wurzel, auch zu meiner eigenen Familie, zu meinem Großvater. Philipp Reif ist ein Künstler, ich schätze ihn um die Ende 30, 40 Jahre alt. Er ist ein bekannter Grafiker, aber auch Kinderbuchzeichner, Comicbuchzeichner. Er arbeitet auch mit vielen Künstlern zusammen. Von den Bekannteren kann ich jetzt Jahre mir 99, Jahreslav Rudisch zum Beispiel nennen. Er arbeitet aber auch für Unternehmen und Firmen, macht für die ein, wie sagt man dazu, Layout, Brands, Logos, die ganz häufig, was ich ganz spannend finde, auch mit der deutschen Vergangenheit in der Altvaterregion zu tun haben. Also junge Leute haben zum Beispiel ein Lokal frisch eröffnet und das Lokal heißt nach der früheren deutschen Besitzerin Isolde. Und dazu macht dann Philipp Reif in dieser Form, wie Sie hier auch diese Bilder sehen, fast nostalgische, ja fast kindliche Motive und lässt dadurch auch ästhetisch wieder ein bisschen von dieser Vergangenheit aufleben. Und Philipp Reif ist jetzt bei uns in Deutschland vollkommen unbekannt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass das Haus des Deutschen Ostens zum ersten Mal ihn hier ausstellt mit diesem Thema. Und für meine Mutter ist es unglaublich, weil sie wiederum von der anderen Seite kommend als sogenannte Vertriebene über die Kunst und über dieses Festival und über solche, ja man kann schon sagen, Geschenke eines jungen Künstlers ein so wunderbar, ja jetzt sage ich ein großes Wort, eine Art Heilung erfahren konnte, durfte. Sie jetzt wirklich ihre alte, verloren geglaubte Heimat ganz neu wieder kennenlernen kann und sich wieder, wie sie ja auch jetzt vermehrt in Interviews etc. erzählt, wieder mit einem Nach-Hause-Fahren-Gefühl verbindet. Also diese Wunde hat sich bei ihr zumindest geheilt. Das sagt sie selbst, ich zitiere sie jetzt. Ja, die Kunst heilt Wunden, könnte man in dem Fall ja sagen. Das hat schon Katharina Tuschkewa, die bekannte Schriftstellerin, nach unserem ersten Festival in einem sehr berührenden Artikel geschrieben, nach dem Werk von Frank Sauer, was er mit Schülern dort aufgeführt hat. Sie hat geschrieben, ja die Kunst hat das Potenzial zu heilen. Und das merken wir eben auch im Laufe jetzt der fünf Jahre, wo wir dieses Festival organisieren, zusammenarbeiten, Künstler aus Deutschland und Tschechien zusammenbringen, wie viel es wieder an die Oberfläche bringt, aber eben mit ganz anderen Kontexten, mit einem frischen Blick, mit einem kreativen Aura-Inhalten und damit eben auch etwas heilt. Philipp Reif hat ja eine Bildergeschichte gemacht im Endeffekt, die sehr, sehr grafisch auch wirkt und sehr einladend aussieht. Was sind denn so die Themen dieser einzelnen Bilder? Die Themen sind ganz persönliche Themen. Es sind, glaube ich, 15 Motive von etwa 30 Geschichten, die ihm meine Mutter erzählt hat. Verschiedene Erinnerungsfetzen oder Anekdoten, Episoden, die sie noch aus ihrer alten Heimat immer wieder gerne zum Besten gibt, auch gut erinnert. Und davon hat er eben diese Motive, die wir jetzt haben, ihre Erinnerungen ausgewählt. Das sind Motive, die, also meine Mutter kommt, wie gesagt, aus dem Dorf Großkunstendorf. Es ist ein ganz kleines Dorf, das etwa 20 Kilometer von der Kreisstadt Freiwaldau, Jessenik heute entfernt liegt. Und an diesen beiden Orten spielen diese Geschichten hier. Die Kindheit und das Altvater als Skigebiet, das ist ja auch das Motiv, was Sie als jetzt Aufmacher Ihrer aktuellen Broschüre haben, in Programmheft haben, ist sie, meine Mutter, ich hebe das mal hoch, als Skifahrerin, wie sie eben erzählt, wie sie jedes Wochenende als junge Menschen mit den Skiern auf dem Rücken mit ihrer Lehrerin eine Tagestour gemacht haben. Und damals gab es ja keine Lifte, die sind also alles hochgestiegen und dann irgendwann wieder am Abend runtergefahren. Und diese Geschichte erzählt sie zum Beispiel. Das Schöne für die jungen Leute, die dort heute auch leben und selbst Skifahren oder wandern, genau diese Orte sind noch da. Also deswegen gibt es dann auch immer so ein Déjà-vu. Man hat aber auch hier eine Geschichte aus Freiwaldau, ich sage jetzt den deutschen Namen von damals, wie sie als Gymnasiastin dort unterwegs waren, wo sie eingekehrt sind. Hier zum Beispiel schwärmt sie noch heute von der Konditorei Hackenberg, wo es besonders tolle Sahnetörtchen und Sonstiges zu essen gab. Ich muss jetzt selbst nochmal gucken. Ach so, ihr Dorf selbst, Großkunzendorf ist seit den Schlesischen Kriegen in einen preußischen und in einen tschechoslowakischen Teil, den sie erlebt hat, geteilt. Ist also ein Grenzdorf und hier beschreibt sie eben die Preußen, die immer sonntags in die Kirche kamen, die auf der tschechoslowakischen Seite ist. Und wie die als Kinder es also herrlich fanden, wie die Preußen mit einer ganz verrückten Mode und Kapotthütchen. Das sind die Kirchenbesucher eben gekommen sind. Was hat es denn mit dem Bambi, das als Einhorn dargestellt ist, auf sich? Die Familie meiner Mutter hatte einen größeren Gutshof mit Stellen und Land etc. Und eines Tages haben sie dort, der Jäger, das war der Jäger von dieser Familie, kam mit einem verwaisten Bambi an. Mit einem Rehkitz. Mit einem Rehkitz. Und dieses Rehkitz wurde Rieke genannt und wurde von dort an mit viel Liebe gepflegt und aufgezogen. Und sie erzählte eben, wie Rieke dann auch ins Haus hinein trappelte, ausrutschte, bis dann zu Vertreibungszeiten. Und dort verschwand dann Rieke auf Nimmerwiedersehen. Was ganz schön ist noch, diese preußische, tschechoslowakische Grenzsituation auf der preußischen Seite war der Zahnarzt. Und wo sie immer hingegangen sind. Und sie erzählt dann eben, dass diese Behandlungen irgendwie, ja, wie immer, wenn man zum Zahnarzt ging, schmerzhaft waren. Schrecklich schmerzhaft. Aber auch viel Faszination war eben diese Urne, die auf dem Regal dieses Zahnarztes stand. Also es sind sehr, sehr persönliche Lebensgeschichten aus den Augen eines Kindes oder einer Gymnasiastin, die das vielleicht auch so individuell und persönlich machen. Und eben in dem Sinne keine Geschichtsaufarbeitung ist, sondern das ist eine, das sind einfach persönlich erlebte Erfahrungen, Geschichten, die die eigentliche Geschichte dieser Region mit Fleisch sozusagen auffüllen. Jetzt sehe ich hier ein Bild, wo man eine Darstellung des abgeschlagenen Kopfes von Johannes dem Täufer sieht und oben drüber steht in Französisch Savoir Vivre. Jetzt sind wir aber doch eigentlich in Nordböhmen hier und nicht in Elsass oder in Frankreich. Ja, aber nur halt, denn meine Urgroßmutter war Vollblutfranzösin und brachte also sie und ihr Mann, mein Urgroßvater, der mehrere war, die haben diesen Gutshof eben Ende des 19. Jahrhunderts gekauft und dann so setzte sich die Generationsfolge vor. Und diese Urgroßmutter war Französin und brachte einen exotischen Hauch des Savoir Vivre in dieses Dorf hinein. Aber meine Mutter erzählt eben auch, wie sie als Kinder in dem kleinen Schlösschen, wo die Urgroßmutter lebte, oft sich aufhielten. Sie liebte ihre Großmutter und auch da gab es dieses Bild von Johannes dem Täufer und dem abgeschlagenen Kopf. Und das ist etwas, was meine Mutter noch bis heute erinnert, dieses Bild. Das hat sie als Kind erschreckt natürlich. Ja, ja, natürlich, genau wie die Urne beim Zahnarzt. Ja, sie erzählt genauso hier auch von ihrem ersten Schwips in Freiwaldau, als sie mit ihrem, das ist dieses Bild, als sie mit elf dann bei einer Erzieherin in Freiwaldau und mit ihrer Schwester untergekommen ist, wurden sie dann gleich mit dem Professor und so auf den Kreuzberg, ein beliebtes Ausflugsziel bis heute, ausgegangen ist. Und da hat sie zum ersten Mal ihren Bierrausch erlebt. Und elf Jahre, es ist aber früh. Ja, und kann sich nicht mehr erinnern, wie sie nach Hause gekommen ist. Und das hat eben Philipp sehr schön, sehr witzig so aufgefasst. Das laufende Bierfass oder Glas. Ja, es sind, wie gesagt, Geschichten, die sehr persönliche Erinnerungen sind, die aus dem Dorf und aus dem Städtchen erzählen. Ja, Frau Dr. Lindemann, vielen Dank für diesen Einblick, den Sie uns gegeben haben in diese Ausstellung und gleichzeitig damit in das Leben Ihrer eigenen Mutter und in das, was Sie bei dem Kunstfestival, beim Kulturfestival im Zentrum dort alles machen. Wir zeigen diese Ausstellung hier im Haus des Deutschen Ostens sehr gerne, denn sie schließt eigentlich an an viele Kunstausstellungen, die wir hier gemacht haben. Wir haben in den letzten Jahren viele Ausstellungen, auch von Künstlern, die zum Teil bei Ihrem Projekt im Zentrum dann zu Gast waren, gemacht, die sich eben meistens als Deutsche mit ihrer Herkunft in Böhmen und Meeren beschäftigen. Und da hatten wir eine ganze interessante Reihe an Ausstellungen schon von Künstlern ganz unterschiedlicher Herkunft und von ganz unterschiedlichen Kunstformen auch. Und das ist mir sehr wichtig und deswegen bin ich sehr froh, dass wir diese Ausstellung jetzt hier im Haus des Deutschen Ostens auch zeigen können. Und ich hoffe, Sie finden den Weg in diese Ausstellung bei uns einmal. Es ist allerdings so, dass wir momentan eben noch beschränkte Möglichkeiten des Besuches haben. Also mit einer Anmeldung können Sie die Ausstellung dann besuchen. Da verwünsche ich Ihnen viel Vergnügen dabei.